Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Undertale, ein unglaublich knuffeliges Spiel. Oh Gott, es ist eigentlich komisch, dass gerade ich sowas spiele. Aber hey, was soll's, du bist unser lustiger... Hast du nochmal so ein Pdumtsch-Witz für uns? Hey, hier ist something important to remember. Er ist etwas wichtiges, woran ich mich erinnern soll. Sein Bruder hat eine sehr spezielle Spezialattacke. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Ach, blaue Attacken verletzen uns nicht, wenn wir uns nicht bewegen. Hallo YouTube, hallo YouTube, hallo YouTube, hallo YouTube, hallo YouTube, hallo YouTube. Liebes YouTube, Twitch, sagt Hallo. Fühlt euch gehallot. Oder auch nicht. Du schaffst es mit 700. Berlin, meinst du den Upload? Ja, gut, kann man auch machen. Aber ich fand... Ach, keine Ahnung. If you see... Here's an easy way to keep it in mind. Imagine a stop... Stell dir ein Stoppschild vor. Hä? When you see a stop sign, you stop. Right? Wenn man Stoppschild sieht, macht man Stopp... Ja, klar. Stoppschilder sind rot. Also stell dir ein blaues Stoppschild stattdessen vor. Einfach, richtig? Wenn du kämpfst, dann denk an blaue Stoppschilder. Mach mich nicht fertig. Blaue Stoppschilder. Blaue Stoppschilder. Sagt euch das immer wieder. Blaue Stoppschilder. Blaue Stoppschilder. Blaue Stop... 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 Wow, ich slide. Wow. Ausstupfschilder Norden, Eis Süden, Eis Westen, Eis Osten Snowden Town Und Eis Ich geh nach oben Und da gibt es köstliches Eis Was? Lesser Dog Appears Okay Was willst du denn? Ist das dieses Meme? Pet, 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 pet Ich glaube wir petten ihn gleich bis zum Umar Aber vorher will ich nochmal checken Ich habe nur ein ganz kleines bisschen Die Hand angehoben und schon ist er ganz aufgegriffen Pent, pent Och Gottchen Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir ausreiche Ein kleiner Hund pet erfreut Oh Ich will dich nochmal petten Oh, jetzt ist er wächst It's already over excited Ich habe nur ein ganz kleines bisschen berührt Oh Oh fuck Ey, das ist mies Lesser Dog is barking Können wir ihn noch mehr wachsen lassen? Ich will ihn nochmal petten Oh, ja Oh, ja Oh, 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 oh You pet the dog It raises heads up To meet your hand Oh, er macht es hier extra groß Damit er unbedingt Dieses Schild und das Schwert Das ist so bescheuert Interessant Diese Dinge zu kombinieren Ich will dich nochmal streicheln Wie er immer größer wird Du streichelst den Hund Er ist ein guter Hund Er ist überstimuliert Gleich kippt er um Und kriegt den Hundeschlaganfall Ich sag's euch Ich nehm mal das Pet hier unten rechts Seine Begeisterung Kennt keine Grenzen Begeisterte Geräusche Und noch mehr Irgendwann wächst er oben Aus dem Bild raus Seine Begeisterung Steigert sich noch mehr Kritisches Streicheln Begeisterte Geräusche Er kann nicht mehr angreifen Ich muss über das Tier springen Um es zu streicheln Du streichelst es nicht Weil das ist immer begeisterter There is no way to stop this man Ist es gut Ich kann nicht aufhören Du rufst nach dem Hund Aber es ist zu spät Er kann dich nicht mehr hören Welt entfernt es Was ist das? Er kommt langsam wieder runter Oh Gott Oh Gott Was passiert nur wenn wir hier fertig sind? Was ist denn das? Was ist denn das? Er wächst in die Schrift rein Oh ich warte nur drauf Dass er in die Luft fliegt Aber ich hätte nicht gedacht Dass er wieder so ein Punkt Ist es möglich Dass du vielleicht Ein kleines Problem hast Es geht immer weiter Hört das irgendwann auf Hört das irgendwann auf Ich will wissen wo das Ende ist Oh Gott Ist das gut Jetzt ist Stone Dagger made of pomegranate Mechel 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 guten Tag Hallöchen Herzlich willkommen Ich weiß nicht was hier los ist Es geht immer weiter Es ist super Es ist so einfach Und doch finde ich es absolut klasse Komm schon Ich will ihn nochmal in den Boden stecken Und dann kommt er bestimmt irgendwo anders wieder Und guck mal das Schwänzchen Wie schnell das wackelt Hinter dem Schild Man sieht es bald gar nicht mehr Oh Mann Baume Du bist albern Ach Ivi Ach ne Doomhead Entschuldigung Doomhead Du bist nicht die Ivi Hm Schön Das ist mir egal Ich zieh das jetzt durch Ich Ich muss Ich muss es durchziehen Bis der Kopf wieder verschwindet Wir könnten schon lange lange gehen Wie kann man denn sowas nur mit dem Schwert angreifen Der Dog ist Der Hund ist unstreichelbar Aber er befürwortet den Versuch Komm schon Okay 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 Es scheint nicht mehr zu funktionieren Das ist der Dog ist weining Because it can't see Er wimselt weil er uns nicht mehr sieht Und sein Schwanz fliegt mit nach 3 von links nach rechts Okay Jetzt können wir ihn erschlagen Nein nein Wir gehen jetzt Wir gehen jetzt Noch Orientierungsamt Vielen lieben Dank Für den Haus Oh Mann Mein Hals Hm Das war zu viel Der Kopf kommt zurück Ja Grinsekatze Das habe ich mich aber auch gefragt Viagra Hund Ich bin gnädig mit ihm Und lass ihn einfach so Ist das schön Wo ist das versprochene Eis Hallo Ich bin Schneemann Ich möchte die Welt sehen Aber ich kann mich nicht bewegen Wenn du so nett wärst Reisender Bitte Nimm ein kleines Stück von mir Und bring es sehr sehr weit weg Na klar Danke Viel Glück Ich habe ein Stück vom Schneemann Das sollte ich mir besser nicht in die Hosentasche stecken Wobei Ne ist auch gut Dann schmilzt es Und dann ist der Schneemann meine Hose Quasi Will doch das sein Perverser Das ist sein Plan Du bist so faul Du hast die ganze Zeit gepennt You were napping all night Yeah no shit Das macht man so nachts Ich glaube das nennt sich Schlafen Ausreden Ausreden Der Mensch ist wieder da Oho Der Mensch erscheint Um dich aufzuhalten Was ist ein Stromschlag Ist schon spaßig Sounds like one Because The amount of fun you will probably have Is actually rather small I think Ohja du bist so witzig man So witzig So witzig Junge ich komme da einfach gleich rüber geflogen Mit einer mächtigen Furzattacke komme ich zu dir rüber geflogen Okay Du kannst nun gehen Er hat den scheiß Orb noch in der Hand Sons Sons Was hast du getan I think the human has to hold the Ich glaube der Mensch muss den Orb halten Oh Okay Jetzt geht der außen rum Ach nein Wie gut Wie gut ist das denn Halt das hier bitte Die sind so super Auf dem Kopf Okay Versuch's jetzt Unglaublich Du schlüpfrige Schlange Snail Äh Schnecke Du hast das so leicht gelöst Zu leicht Wie auch immer Das nächste Rätsel wird nicht so leicht Es wurde von meinem Bruder Sons kreiert You will surely be confounded Confounded Let me google that for you Da lernen wir wieder was Conf Founded Verdammt Verdammt Ich dachte das hieße Doom Du wirst sicherlich verdammt sein Schwupp Ist er gerade weggemoonwalked Hey Danke Mein Bruder Sieht aus Revect hineindrocke Als ob er Spaß hätte Siehst du das komische aus Was er an hat Hat er es vor ein paar Wochen gemacht Für eine Kostümparty Seitdem hat er nichts anderes mehr getragen Er nennt es einen Schlachtenkörper Kampfkörper Mann Ist mein Bruder nicht cool Auf jeden Fall Der ist richtig cool Der ist genau Das liegt daran Weil ihr tot seid Und keine Körperwärme habt Ja Das hatten wir schon Ich So viel Text Oh Speaking of cool Ich hätte gerne ein Eis Ich verstehe nicht Warum sich das nicht verkauft Das ist das perfekte Wetter Für irgendwas kaltes Oh Ein Kunde Hallo Hättest du gerne ein wenig Eiscreme Wie viel kostet das Was Es ist der The frozen thread That warms your heart Die gefrorene Thread Ist doch Ist doch eigentlich Gefahr Oder Es ist die eisige Gefahr Die Der dein Herz wärmt Es kostet nur 15 Gold Wow ich bin aber auch fucking rich Ich nehme eins Here you go Aber ein super duber Tag Ich hab die Nice Cream Oh Cool Nice Cream Ja okay Nein danke Well then Tell your friends There's ice cream Out in the middle of the woods Wir sind in der Mitte Sind wir genau in der Mitte Hab ich irgendwo Leben verloren vielleicht Sollte ich mal nachgucken Warten wir kurz Stats Uns fehlt tatsächlich ein bisschen HP 12 könnten wir vertragen Ich guck mal kurz Wie viel die Nice Cream So gibt 15 Anstatt eines Witz Erzählt die Verpackung Etwas schönes Etwas nettes Run Dankeschön Für den Host Moin Willkommen bei Undertale Ein absolut Schönes Spiel Sehr schön Einfach nur schön Schön ist genau das richtige Wort Ich werd das Eis mal essen Weil er so nett ist Ich werd auch das Stück Vom Schneemann essen Weil er so Was Der heilt ein 45 HP Der heilt ein Ist ja Wahnsinn Was ist denn das hier Ein Ball Ich kann Ball spielen Woo Hui Komm da raus Ball Ich werd dich auch in die Freiheit bringen Hui Hop Hui Alles vergessen was ich vor hatte Woo Ist das ein Golfplatz Ne eigentlich nicht so richtig Doch ein Fußgolfplatz Yes Kann ich da rein Deine Sorge Und Fürsorge Für den Ball Brachte dich Zu einem Köstlichen Sieg Ich hab ein Gold bekommen Sau geil Hui Mein Freund der Ball Guck mal hier ist noch ein Ball Sieht aus wie ein Schneeball Was Ein Schnee D-K-Hedron Oh Gott nein Das ist kein Ball Es ist ein Zehneck Zwölfeck Zwölfeck Hey Was machst du denn Ach er wollte auch Jetzt muss ich mal gucken Was Thread heißt Threads Leckereien Ich vergesse es immer wieder Leckereien Gott Das andere ist mit TH Oder Mann 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 Leckereien Mein Englisch scheitert an solchen Worten Einfach alles was mit Süßigkeiten oder sowas Ich bin total Ich bin schon total herauf begeistert Dass ich weiß was Gingerbread heißt Und ich verstehe nicht warum man rothaarige Menschen mit weißer Haut Ginger nennt Und wenn ein Lebkuchenmann in einem Lebkuchenhaus sitzt Fragt er sich dann ob das Ob er aus Haus besteht Oder ob das Haus aus ihm besteht So oder so rum ist alles ekelhaft Ein bisschen gefroren im Schnee Ist schon nur 5 Gold Klar ich kaufe dir gerne was ab Du bist lustig 50 Gold 50 Gold Klar du bist lustig Wirklich 5000 Würde ich nehmen 50.000 Ne hab ich leider nicht Tut mir leid Ich würde es trotzdem kaufen Ist schon ok Er hat gar keinen Schnee Schön Wer ist denn hier? Ein Zischen Noch ein Zischen Noch ein Zischen Noch ein Zischen Ist ja schade Und was kommt hier? Hers? Ach nein Ihrs Und seins Und das hier? Smell Danger Retting Snow Smell Snowman White Rating Was? Ach so Schneegeruch Schneemann Weißes Rating Can become Yellow Rating Ok Puppy Blue Rating Smell of Rolling Around Was? Was heißt denn das? Weird Smell Humans Destroy Ich verstehe es nicht Ist das ein Rätsel? Wahrscheinlich Vielleicht fehlt mir dazu noch etwas Mensch Ich hoffe du bist bereit für Sans Wo ist das Puzzle? Ist genau hier Auf dem Boden Betreu mir Ja es Es gibt keine Möglichkeit wie sie da dran vorbeikommen kann Monster Kids Word Search Was? Monster Kinder Wortsuche Was? Hey Kids Can you help me solve this puzzle? Ach er hat einfach ein Rätsel gemalt und auf den Boden gelegt Fall Monster Cigars Winter Skeletons Spring Was? Ja aber ich kann einfach an dem Ding vorbeilaufen Sons Sons Du hast überhaupt nichts gemacht Huch Ich wusste ich hätte das heutige Kreuzworträtsel stattdessen nehmen sollen Was? Kreuzworträtsel? Ich glaube nicht dass du das gesagt hast Meiner Meinung nach Junior Jumbo ist das härteste und mit Abstand Das Schwierigste Easy peasy what's crumble? It's for baby bones Die beiden sind ein super duo Okay krass ich soll den Konflikt klären ist das mein Rätsel? Was ist am schwierigsten? Kreuzworträtsel oder Jumbo? Ich muss sagen das Kreuzworträtsel ist ein bisschen schwieriger Ihr beide seid doch wahnsinnig Kreuzworträtsel sind so einfach Das ist immer wieder die gleiche Lösung Ich schreibe einfach in jede Box den Letter Z rein In Buchstaben Denn immer wenn ich an ein Kreuzworträtsel schaue Alles ist Dann kann ich einfach nur wegschnarchen Oh Gott Ist eher schlecht Papyrus Findet Schwierigkeiten in interessanten Plätzen Gestern ist er darüber gestolpert Dass er das Horoskop lösen wollte Schade ich dachte du hast noch mehr Dialoge zur Verfügung Das ist aber trotzdem ein interessantes Rätsel Ach man ey Das ist bekloppt Genau Irgendwann wird die Maus es schaffen diese Spaghetti zu essen Was hat es denn nun mit der Maus auf sich Sie sind schon gefroren die Spaghetti Es ist so kalt es ist am Tisch festgefroren Wir könnten ja vielleicht Und die Mikrowelle ist nicht mal angeschlossen Alle Settings sagen Spaghetti Aber sie hat keinen Strom Oh eine Notiz von Papyrus Mensch Genieße diese Spaghetti Und schön dass du noch in Klammern dahinter schreibst Zum Glück weißt du nicht dass das eine Falle ist To entice you mich einzufrieren Beim nicht abzulenken You will be so busy eating it That you won't realize that you aren't progressing Genau Wir werden gar nicht mitkriegen dass das Spiel nicht weiter geht Weil wir so heftig Spaghetti essen Geniale Papyrus Okay Dann werde ich diese Spaghetti wohl lieber nicht essen Der Spaghetti ist a lie Oh Gott Nicht dass ich hier wieder ohne Ende am streicheln bin Was ist das Jerry ist neu Warte mal kurz Mit Ice Cap weiß ich umzugehen Er hält nur leider nicht sehr viel aus Das ist wohl knapp Was macht der andere Der macht ja gar nichts Jerry tells everyone It has to go to Ja Jerry Geh mal Geh ruhig Oh guck mal Ice Cap Mit dir kann man jetzt acten Dann will ich dir mal den Hut klauen Oh Ah Ich hab's versucht Und Oh er ist in meinen Händen geschmolzen Oh 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 Mit dem Hut ist ihm kalt Oh Oh Wow You guys suck at this Ice Cap is no more Oh Was macht Jerry Jeder kennt Jerry Makes attacks two seconds longer Oh okay Aber jeder mag Jerry Aber keiner kann ihn leiden Sehe ich das richtig Leute das ist kalt Interessiert das denn gar keinen Was können wir mit Jerry machen Ditch Oh Wir zeigen Mercy Tschüss Haben wir ihm die Mütze geklaut Das war ein bisschen traurig Was ist denn das Hä Ach das hier unten ist der Und da oben ist was Und dann Okay Oh Oh da ist ein Schalter versteckt Klick Wie easy Und was hier Nicht Ich treffe die Brücke nicht Okay Ihr seid neu Seid ihr Geisterhunde Was ist das für ein Geruch Wo kommt dieser Geruch her Wenn du ein echter Geruch bist Dann identifiziere dich Was Was war denn das Oh Hier kommt dieser Geruch her Ich möchte ihn gerne auslöschen Holy shit Ich muss erst mal gucken Wobei er hier oben und unten ist Sag mal Küssen die sich die ganze Zeit Da kommt doch ein Herzchen hoch Dog Amy Roll around Pet check Erst mal checken Er soll erst mal alles checken Oh Dog Amy ist der Mann von Dog Aresa Knows only what he smells Er weiß nur was er riecht Was Was So OMG Es tut weh Don't touch my hot dog He means me Oh Gott Wow Was soll ich denn da machen Okay Die nehmen ja einfach mal An den kompletten Bildschirm ein The dogs are re-avaluating Was 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 Ich check sie mal aus This puppy finds her hubby lovely Smells only Oh Gott Ich werde dem Menschen Was 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 Bei blauen darf man sich nicht bewegen Okay Kann ich auch was Was Zurückschnüffeln Ich will mal Ich will mal Zurückschnüffeln Oh schade Ich rieche immer noch wie ich Schade Es riecht mysteriös Wo kann man sich denn hier verstehen Ah Guck mal Wenn sie hoch gehen Ja okay Das ist doch einfacher als gedacht Was Der hat mich noch erwischt Oh Sie sagen Niedlichkeiten zueinander Hm Oh Nein Ich wollte gar nicht angreifen Ich wollte gar nicht angreifen Wieso war ich auf einmal auf Angriff aus Ist nicht okay Oh 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 Gott Sie beschnupperten ihre Äxte Hm Hm Ich probier's mal mit Streicheln Boum Ich probier's mal mit Streicheln Oh 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 ohSub Lässt sich nicht streicheln Zu neugierig Stop Don't touch her Oh okay 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 Entschuldigung Entschuldigung Ich werde sie nicht... Oh Gott, sie schießen mich mit ihrer Liebe vor. Hä? Krankhaft süße Dinge, sagen sie zueinander. Und wenn ich dich stattdessen streiche? That's not your husband. Ah, okay. Dann ist sie eifersüchtig. Ah, was? Manchmal fährt sie einfach weiter. Wahnsinn. Okay, dann rolle ich mich umher. So. Ach, und mit dem Umherrollen rieche ich anders. Richtig? Okay, jetzt rieche ich wie sie. Warum haben die beiden eigentlich nur jeweils ein Auge? Müssen die hier die ganze Zeit rumknutschen? Was kommt jetzt? Auch wieder das. So, ich lasse es einfach über mich ergehen. Diese schreckliche Liebe. Okay, die wollen nochmal an mir schnuppern. Dann rolle ich nochmal umher. Achso, ich muss das anklicken, dass ich nochmal an mir schnüffeln lasse. So, hier. Re-sniff. Oh, okay. Oh. Wie ein kleiner Welpe rieche ich. Warum riechen Welpen nach Dreck? Ich will keine Welpen mehr haben. Warum können die nicht gucken? Ähm. Was kann ich jetzt machen? Kann ich sie jetzt vielleicht streicheln? Oder kann ich jetzt gehen? Nee, ich glaube, ich kann noch nicht gehen. Die andere müssen wir auch streicheln. Oh Gott, scheiße, ist so doof. Die andere müssen wir auch streicheln. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Spiel? Oh Mann, ey. Okay, jetzt haben wir sie beide gestreichelt. Seid ihr zufrieden? Ein Hund, der Hunde streichelt. Unglaublich. Oh Gott. Oh Gott, das war... Jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja. Das hat eine Weile gedauert. Oh. Ich habe ihren Verstand erweitert. Oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Hm. Dankeschön. Das war sehr bereichernd. Ich habe 40 Gold gekriegt. Wahnsinn. Was ist denn du? Ach so. Oh, nö. Können andere Hunde streicheln? Eine neue Welt hat sich uns offenbart. Ihr könnt sogar noch ganz andere Sachen miteinander machen. Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, ihr braucht jetzt viel Privatzeit. Richtig. Ich stelle mich auf das X. Was? Töne. Okay. Jedes X in den Ufer wandeln und dann darf ich in den Schalter gehen. Hyper Diper. Das war ja übelst schwer. Was? Wie ist so meine Falle umgegangen? Und noch wichtiger. Ist was? Ist da etwas für mich übrig? Ach, er meint die Spaghetti. Ähm. Ja, ich habe dir was übrig gelassen. Wirklich? Du hast dem Geschmack meiner hausgemachten Pasta widerstanden. Damit du sie mit mir teilen kannst. Okay, wir haben unseren Meisterkoch der Pasta jetzt. Oh Gott. Ist das deine Spezialattacke? Dass du mich mit Pasta versorgst bis ans Ende meiner Tage? Das wäre sehr schön. Ich mag Nudeln. Ich habe mir immer keinen Bock, mir die selber zu machen. So schwer, so aufwendig, weißt du? Kann ich mit dir reden? Was? Dein Bruder hat eine Sockenkollektion angefangen? Sedanning? Ach, wie, 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 wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er wohl macht. Ohne so einen coolen Typen, der sich um ihn kümmert. Nee, nee, nee. Ach, du Scheiße. Sind wir jetzt Freunde? Mensch! Wie werde ich dir das sagen? Du hast lange gebraucht, um herzukommen. Also, habe ich das Puzzle erweitert. Indem ich den Schnee so angeordnet habe, dass er mehr wie mein Gesicht auszieht. Unglücklicherweise ist der Schnee gefroren. Jetzt ist die Lösung etwas schwieriger. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu sehen. Ich glaube, was ich zu sagen versuche ist... Wie das Cape geht. Sorge dich nicht, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde diese Konstruktion für dich lösen. Und dann können wir fort... Ja, können wir weiter. Aber bis es soweit ist, versuch es doch ruhig nochmal selber. Ich will dir die Antwort nicht verraten. Alles klar. Das schaffe ich. Das ist voll easy. Ich sehe schon. Ähm. Was? Ach. Ich darf jedes nur einmal berühren, ne? Ich habe mich gewundert, dass sie auf einmal grün geworden sind. Ähm. Wenn... Was ist denn, wenn ich... Ich kann ja hier außen drum rum gehen, ne? Was ist denn, wenn ich auf den... Und dann... Achso. Ne, warte. Dann schaffe ich den da oben ja nicht mehr. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall durchlaufen. Dann gehe ich da hoch, da runter... Ne. Ich fange von da oben an. Gehe eben... Das geht auch nicht. Ich gehe über den hier... Dann da hoch. Ne. Das heißt... Eigentlich muss ich... Da unten rum... Ähm. So. So. Yay. Wahnsinn. Heftig. Wow, du hast es gelöst. Du hast es ohne meine Hilfe geschafft. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Muss dich genauso für Puzzle interessieren, wie ich es tue. Äh. Ich glaube, dann wirst du das nächste Puzzle auf jeden Fall lieben. Es könnte sogar zu leicht für dich sein. Doch, wie er sich freut. Wo sieht denn das wie sein Gesicht aus? Naja, so ein bisschen schon irgendwie. Ah. Hey, gut gemacht, dass du das so schnell gelöst hast. Hast nicht mal meine Hilfe gebraucht. Was gut ist denn? Ich liebe es überhaupt nichts zu tun. Oh ja, erkenne das. Okay. Hey. Das ist der Mensch. Das wirst du lieben. Was? Es wurde vom großen Dr. Alphys gemacht. Ist das vielleicht dein Skype-Name? Siehst du diese Flächen? Diese Kacheln? Wenn ich einmal diesen Switch umlege, werden sie ihre Farbe ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Kacheln sind unpassierbar. Du kannst nicht auf sie laufen. Gelbe Kacheln sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Grüne Kacheln schlagen Alarm. Wenn du auf sie trittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orange Kacheln sind orange. Orange. Scanted. 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 Duftend. Sie riechen nach Orangen. Orangene Kacheln riechen nach Orangen. Sie werden dich köstlich riechen lassen. Och Gott. Blaue Kacheln sind Wasser. Kannst durch sie durchschwimmen, wenn du möchtest. Aber... Wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beeißen. Was? Auch wenn eine blaue neben einer gelben Kachel ist, wird das Wasser dich schocken. Violette Kacheln sind schlüpfrig. Du wirst bis auf die nächste sliden. Wie auch immer, die schlüpfrige Seife riecht nach Limonade. Ne, nach Zitronen. Und Piranhas mögen das nicht. Lila und Blau sind okay. Letzten Endes, die pinken Kacheln, die machen gar nichts. Okay. Du kannst drauf gehen, wie auch immer du willst. How was that? Understand? Klar. Das machen wir jetzt noch schnell. Great. Then there's one last thing. This puzzle is entirely random. Och Gottchen. Complete. Och Gott. Und jedes Mal, wenn er an diesem Hebel zieht, kommt ein völlig neues Puzzle raus, das wir so noch nie gesehen haben. Psst. Okay, also kennt niemand die Lösung. Los geht's. Ich lass mich raten, es ist alles pink, wenn es fertig ist. Bitte, 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 alles pink, alles pink, alles pink, alles pink, alles pink, alles pink, alles pink? Alles pink? Saugeil. Hm, da geht es da vorne. Das war ein Sinn. Auch nochmal am Schalter. Die Maschine funktioniert nicht. Und diese Spaghetti von vorhin. Er hat extra Kochstunden genommen für die Spaghetti. Vielleicht macht er nächstes Jahr sogar was Essbares. Okay. Ich mach hier mal einen Cut für YouTube rein. Das war ein wenig vorhersehbar gerade eben mit den pinken Karren, muss ich sagen. Also bis Blau bin ich noch mitgekommen, wie alles funktioniert. Das mit der... War eigentlich ein geiles Konzept. Limonade, der Quatsch, äh, Zitronenduft und, äh, Orange... Warum fressen einen Piranhas, wenn man nach Orange riecht? For reasons. Science. Listen and repeat. Stand it. St- Send it. Send it. Riechend. Okay. Send it. Ich, äh, was, was? Können wir jemand ne... Kann mir jemand ne Kassette schicken für, für Englisch lernen? Scan-Ted heißt das. Sehr schön. Das ist das erste Mal, dass sich Baume über Pink freut. Ja, in der Tat. Leider muss ich das. Das trägt aber auch zum Charme des Spiels bei. Das ganze Spiel fühlt sich sehr pink an. Ich glaub, ihr versteht, was ich meine. Ich frag mich, wo das noch hinführt. Ähm, ich meine, wenn die hier alle so scheiße freundlich sind, Was, was stimmt denn mit deren König nicht? Warum ist der denn anscheinend das größte Arschloch hier in der Hood? Vielleicht ist er ja eigentlich auch ganz nett. Vielleicht ziehen wir ihm den Dorn aus der Pfote und er sagt, Oh, ich muss mal ganz dringend auf die Leute. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und Reingehauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020